Du willst doch jetzt nicht etwa die ganze Geschichte von vorn erzählen? Aber darum geht es doch. Jetzt, da ich den Stromumkehrer in das Gedankendingsbums geköpft habe, kann ich mich an alles erinnern. Moment, ich bin verwirrt. Hast du mir eben noch erzählt, du hättest verfehlt? Hab ich ja auch, du Hohlkopf. Und zwar all die anderen zigtausend Male, an die ich mich jetzt wieder erinnere. Aber eben hab ich getroffen. Hast du nicht die krassen Spezialeffekte gesehen? Was denkst du, warum ich so alt aussehe, hm? Da hab ich wohl abgelenkt. Der Stromumkehrer hat die Wirkung des Schi-Blucks? Schin-Schumer-Clucks. Das Gedankenlasers invertiert. Hast du zu vergessen? Erinnere ich mich jetzt an alles? Erinnerungen an über 100 Jahre der immer gleichen Geschichte. Denkst du etwa, deine Haut würde das besser wegstecken? Das ist doch ein Trick. Fauler Budenzauber. Nichts weiter. Siehe ich so aus, als würde ich tricksen? Ratatatatatatat. Ich hab Gichtmann. Wir haben das Problem komplett unterschätzt. Wir haben es nicht nur mit einer Schleife zu tun. Die Zeitschleife, die ihr mit dem Kronokar erzeugt habt, war nur eine kleine Schleife innerhalb einer viel größeren. Und diese größere wiederum hat zwei Schlaufen, von denen die eine viele weitere Schleifen hat. Erst am Ende der zweiten Schlaufe beginnt die große Schleife von neuem. Hä? Wann faselt der Opa? Ich glaube, ich weiß, was er meint. Es ist wie bei einem Pizzakarton, den man in der Mitte faltet, um dann mit einem Stift... Ach, Unsinn, kein Pizzakarton. Es ist eigentlich ganz einfach, nur eben inkompliziert. Das alles hier ist bereits vieltausendfach passiert. Zu oft, um es zu zählen. Und wenn ihr jetzt noch einmal mein Gehirn lasert, wird es wieder und wieder passieren. Ich und Goal, also Goal und ich, werden Deponia retten. Ich werde fallen. Sie wird versuchen, mich aufzufangen. Ihr werdet das Kabel kappen. Goal wird sterben. Ich werde die Welt in die Luft jagen. Goal und ich werden auftauen und die Zeit zurückkurbeln. Dann ist alles auf Anfang. Und ich werde mehr Chronicle kennenlernen. Time-Pod klauen. Future-Goal aus der Zukunft retten. Von Elysium absprengen. Und nachdem wir über den halben Planeten und durch die Zeiten gehetzt sind, sitzen wir am Ende doch wieder hier. Der einzige Unterschied? Dieses Mal habe ich mit dem Stromumkehrer getroffen. Und daher weiß ich, das hier ist unsere einzige Chance, den Kreis zu durchbrechen. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Du siehst so aus, als könntest du nicht mal einen Cracker durchbeißen. In diesem alten Gehäuse steckt noch mehr Wind als in deiner ganzen Hose, du Grünschnabel. Ich habe einen Plan. Zuerst müssen wir ihm da das Gehirn löschen, was keinen großen Unterschied machen wird. Hey, hey! Einer muss ja schließlich dafür sorgen, dass Deponia gerettet wird. Sobald er wieder ahnungslos im Ballon schlummert, ist die Zeit reif. Für ein weiteres, brillantes Rufus-Manöver. Na super. Hast du noch mehr solcher Ideen? Hä? Wer sind sie denn? Der, der dir gleich den O-Buff aufreißt. Du hast unser Umux ein für allemal zerstört. Und die Zeitschleife existiert nach wie vor. Irgendwo in der fernen Zukunft wiederholt sie sich immer und immer wieder. Tja, schön wär's. Da wir euch nicht eingefroren haben, wird dieses Mal auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Der alte Rufus wird Deponia sprengen. Und das war's dann. Oh. Naja. Immerhin ist es nicht dasselbe dämliche Ende wie vorher, was? Hm. Hm. Freut euch nicht zu früh. Rufus? Wie jetzt? Noch einer von der Sorte? Hä? Hä? Ich bin der Rufus, den ihr auf Elysium zurückgelassen habt. Ihr Vollnasen. Das ist unmöglich. Wir haben dich beseitigt, bevor wir uns um Future Goal gekümmert haben. Habt ihr? Natürlich. Er hätte doch sonst nur wieder die andere Goal aufgehalten. Aber davon hattet ihr gar nichts erwähnt. Sie kennen ja auch nur die halbe Geschichte. Hä? Scheibenkleister. Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Ähm, aha. Äh, ich bin verwirrt, Alter. Todesverwirrt. Irgendwas ist anders. Aber ich komm nicht drauf, was. Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest du wirklich, du könntest einfach so unser Umux stehlen? Falsch gedacht. Du gehörst nicht in diese Zeit. Äh, äh, äh. Wir werden dich entfernen müssen. Ach ja? Dazu müsstet ihr mich erst mal fangen. Hu, 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 hu. Hey, stopp. Ich bin verwirrt. Todesverwirrt. Ich sagte, stehen bleiben. Du kannst deinem Schicksal nicht entfliehen. Auch wenn es ein umständliches Kostüm trägt. Und darum leicht aus der Puste kommt. Aha. Na, das werden wir ja sehen. So. Jetzt bist du dran. Goal, Goal, bitte kommen. Was tust du da? Wegrennen? So, jetzt bist du dran. Und weiter. Versteck dich, schnell. Da draußen läuft ein wilder Elefant frei herum. Ich weiß. Er ist direkt hinter mir. Oh nein. Halt mich fest, Henna. Solange wir uns lieben, haben wir nichts zu befürchten, Henna Schatz. Äh. Äh. So, ich glaube, ich bin in einen Splitter getreten. Soll ich da jetzt rein? Kohlezange mitnehmen. Oder so. Wase mitnehmen? Wollte ich die ja lieben. Aber mir gehen auch lang. Und so lange ich vor. Hoppla. Nice. Äh. Ins Time-Port? Knopf drücken. Das ist ja mal. Es gibt offen. Okay, es gibt noch ein Portal. Ich bin weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Äh. Gibt es hier irgendwie? Können wir wieder rausgehen? Raus, ja. Time-Port. Mö. Müs? Nee. Wir müssen noch. Wir müssen bestimmt irgendwie wieder. Weiß ich nicht. Kommt, Show. Jetzt glitzert hier. Äh. Manu. Tony. Nicht alles. Ich muss mich wohl. Nein, ich wollte es nicht. Ich wollte es damit. Nicht. Nee. Nein. Ich muss mich. Hä? Komm, Show. Gibt es hier drin doch noch was? Nee. Jetzt. Ja. Musik? Nee. Das ist doof. Das ist cool. Nee. Geräusche, wenn ich nicht täusche, sind Schlafrabben in unserer Uhr. Es kriegt schon kratzend ein Ich trappe, hier kläre Wenn ich mich nicht irre Schrottkrabben im Tempel Da hinten ist mein Schlaf Hä? Hey, das hier sieht genauso aus Wie das erste Menü, interessant Äh Hä? Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich hab keine Ahnung Hey, stopp! Wo willst du hin? Sag ich nicht Äh Äh Das hier ist doch nicht die Zwischenzeit Ich muss direkt durch ein zweites Portal gerauscht sein Ach, du dicker Vater Das hier ist Golds Kindheit Mach nicht so einen Lärm da unten, junges Fräulein Alter Ungehorsam führt zu Chaos Chaos führt zu Müll Und Müll führt zu Depone Er hat sich gerade davon disqualifiziert Seine hypothetischen Enkel übers Wochenende aufzunehmen Äh Äh Ich würde einfach... Nein! Überraschung! Okay Du könntest du wirklich Du könntest dich hier vor uns verstecken Ja Falsch gedacht Und jetzt bin ich dran mit suchen Wieder falsch Du bist jetzt dran Mit eliminiert werden Und Gnade dir Xawfix Wenn du hier irgendetwas verändert hast Nein! Das Portal, das sie unter meinen Füßen geöffnet hatten Führte in die Zwischenzeit Oh! Oh! in eine gewaltige Schrottlawine, die mich in die Tiefe riss. Als würde eine ganze Stadt in einen klaffenden und auch nicht sehr angenehm riechenden Höllenschlund stürzen. Paradox City, die Stadt muss abgerutscht sein, als sich die Zukunft unter ihr auftat. Ja, aber auch diese Zeitlinie hatte ein Ende. Nach einer Ewigkeit im freien Fall schlug ich schließlich dort auf. Mein letzter Gedanke war, hätte ich doch auch eine Waffe, mit der ich Portale öffnen kann. Vielleicht hätte ich damit meinen Fall bremsen können. Das erklärt nichts, wie du auf unseren Rücksitz kommst. Nein, tut es nicht. Nun lasst mich doch mal ein bisschen Spannung aufbauen. Ich nehme an, dass das Ganze so oder so ähnlich viele tausendmal passiert ist. Und jedes Mal kam ich anschließend auf Elysium wieder zu mir und hatte alles vergessen, fast alles. Denn allmählich kamen mir diese Abläufe schon ein bisschen bekannt vor. Hm. Auch nicht schon wieder. Ich glaube, diesmal müssen wir uns irgendwas... Ich glaube, irgendetwas stimmt hier nicht. Aber ich komme nicht drauf, was. Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest du wirklich, du könntest... Hey. Hey. Stopp. Nö. Geh einfach weiter, Rupus. Milch geholt? Check, mehr war nicht abzugreifen. Okay. Das mitnehmen. Die Uhr mitnehmen. Nimm sie mit. Wir haben keine Zeit. Nice. Äh, Bilder? Ne, Vase mitnehmen. Nimm sie mit. Nimm die... Ich meine Scherben mit. Nimm die Scherben mit. Genau. Bilder können wir nicht mitnehmen. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Ne, ne? Ne. Okay. Können wir jetzt... Ach, jetzt müssen wir erstmal ins Time-Port. Knopf drücken. Zack. Nichts wie weg hier. Für eine Art... Nein. Zack. 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 Ja, wir hatten jetzt alles eingesammelt. Spring runter. Genau. Wir landen bei Goal. Und hier hatten wir eben nichts mitgenommen. Die Telebuddies. Wäre um ein Haar meine Lieblingsserie gewesen. Aber die Synchronstimme von Stinky Winky konnte ich nicht leiden. Eine Woche lang habe ich verletzten... Wir können das nicht hören. Ich muss ihn beilen. Es tut mir leid, Leute. Äh... Ihr müsst das Lunchbox mitnehmen. Genau. Dann wollen wir... Nachspa... Ich habe diese... Ist okay. Nimm es einfach mit. Ein Teil seiner Verbitter... Nimm es halt nicht mit. Okay. Äh... Es ist noch nicht... Okay, Moment. Baby Goal. Okay, wir haben Lolli. Gehen wir da raus. Okay, abgeschlossen. Okay. Kommt schon. Jetzt glitzert hier nicht nur so rum. Es ist noch nicht... Die Milch macht's. In diesem Fall mein... Das war ziemlich exakt. Äh... Bobby... Äh... Bobo Bear lernt... Cello? Was? Cello. Haben wir noch irgendwas? Loses Panel. Echt jetzt? Na sowas. Hier ist ein... Aber sie ist leer. Können wir... Okay. Bobo Dings. Ist okay. Tut mir leid. Oh, nicht dein Ernst. Ah, ja okay. Es hat nicht funktioniert. Alles klar. Okay. Okay. Tut mir leid, dass ich das hier so durchklicke, aber ihr seht, wie ich jetzt schon die ganze Zeit keine Zeit mehr habe. Deswegen muss ich... Ah! Aber wir müssen das öfter durch... Äh, wir müssen das öfter durchlaufen, sag ich es mal. Weil wir dann mehr Sachen haben. Jetzt können wir wahrscheinlich auch die Nische anklicken, ne? Jetzt haben wir noch die Milch... Äh, jetzt holen wir noch die Milch, genau. Ich nutze gleich mittlere Maustaste, Leute. Tut mir leid. Genau. Loses Panel. Na sowas. Hier ist eine Nische, aber sie ist leer. Wenn wir da gleich irgendwas reinpacken werden oder so, das wäre... Ah, können wir machen, ne? Können wir machen. Nimm sie mit, Rufus. Okay, jetzt holen wir uns noch schnell die Sachen einfach an der Uhr. Können wir da locker die... Warte mal. Okay. Äh, hier haben wir jetzt nichts mehr, ne? Genau. Ins Time-Port. Zack. Alles klar. Okay, das können wir jetzt nicht machen. Zack. Nochmal. Es tut mir leid, dass ich hier gerade so durchspiele, Leute. Aber... Ja. Sag ich nicht. Ja. Äh, was haben wir denn hier jetzt alles? Ja, sehr... Bobo lernt bla. Baby-Gogel. Okay, Fernseher anmachen. Loli. Okay, was haben wir noch? Die Lunchbox und so. Okay. Können wir das... Können wir das irgendwie tauschen? Wo-Wo-Wo-Wo-Wo-Wo-Wo- Musikalische Vorteile. Okay. Äh... Das scheint aber... Ich brau... Dann wohl... Nasch. Ich diese Süß... Okay, ich kann hier nichts machen. Okay, kann ich vielleicht den Lolli da reinpacken? Irgendwie... Hä? Das Panel offen lassen? Kann ich irgendwie... Goal geben! Nein, okay, äh... Hier! Okay, ich glaube, wir müssen das jetzt wieder durchlaufen lassen. Hä? Okay. Mal gucken, was jetzt gleich noch alles da sein wird. Oh, wie du bist. Äh... Okay. Scheidenkleist! Hey, wir ziehen... Nimm den Helm mit. Nimm die Brille mit. Können wir Brille und Helm verbinden? Nicht. Nee. Ich glaube, ihr... Dachtest... Hey, stopp! Hey, Loll! Ich hab's verbuggt! Haben wir jetzt irgendwas? Ja, ein Bogen! Okay, wir müssen das tausendmal machen. Hoppla! Okay. So... Das mit der... Hä? Doch. Nee. Zack. Uhr. Ach, Mann, oh Mann! Aber Leute, wir beenden jetzt hier erst immer den Part. Oder die Aufnahmesession. Ich muss nämlich immer noch. Voll auf Klo. Und... Ja. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut... Da... Einn... Na... Einn...